Der Literatur-Nobelpreis geht in diesem Jahr an die französische Schriftstellerin Annie Ernaud. Die für ihr autobiografisch geprägtes Werk bekannte Autorin wurde für ihren Mut und die klinische Schärfe, mit der sie Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Zwang der persönlichen Erinnerung aufdeckt, ausgezeichnet, wie die schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, auf Deutsch erschienen unter anderem »Die Jahre«, »Erinnerungen eines Mädchens« und »Das Ereignis«. Der Nobelpreis für Literatur wird seit 1901 vergeben und ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet also 920.000 Euro, dotiert. Im vergangenen Jahr erhielt der in Sansibar geborene Schriftsteller Durazak Gornar die weltweit wichtigste literarische Auszeichnung.